Nightblade. I have no fear. I will save Mirian. I will destroy Mr. X. Hey, do you guys want to do some warm-ups before we shoot? You look familiar... Really? Easy, okay. Ja, statt vieler Worte. So. Mist, ich hätte vielleicht die Munition nach Platz. So, tschüss, ey. Moment. Mist, falscher Auswang. Ich muss ja da lang. Nein, drin, ich schlaf weiter. Hey, hallo. Geht's dir noch gut, du Stacks, wohl noch in deinem Kinderschuhchen? Wir sind die Saints. Falls ihr nicht gemerkt habt. Man, immer muss man den auch... Ja, du hast sie jetzt schön in der... Ja, wüsste ich jetzt mal auf den Preis zu reden und fällst um und bleibst liegen? Find those... Stop! Stop the Cardinal! Genau. Halte den Cardinal auf und holt... Inzio Auditore la Differencia. Warum nehme ich so viel Schaden? Ich kann mich ja gar nicht mal in Deckung begeben. Nein. So. Muss ein bisschen langsamer voranschritten. So als Cardinal hat man nicht so viel Leben. Haha. Müssen wir da eigentlich schon mal hin, so nah wie man dem Gott der steht? So im Verhältnis zum Normalbürger. Mal halbüber gar. Nein, genau. Oh, hier sind wir wieder. Mist. Ja! Mann! Und komm, komm aus deiner Denkung. So. Mann, was die immer schön in Pirouetten reden. Ich hab gesagt, schlaf weiter, Freund. So. Nein. Was ist das denn jetzt? Mann. Boah, natürlich, ey, das ist ja nicht zu glauben. Ja, ja, geht ja voran. Ja, wir müssen nach unten und wir müssen noch nach oben. Ja, ist ja schön. Natürlich ist das hier alles eine super lustige Sache, wenn uns die Munition hier im Auge ausgeht. Nein, ich will nicht, aber wir haben die falschen Waffen. Ja, ein Koma und drei Freunde sind tot, das hat wirklich gut gemacht. So. Nein, das ist wahr. Aber schlaf weiter, das steht im Skript. Mann, mit dem blöden Typen auf der Schulter kann ich mich nicht mehr schnell bewegen. So, die Steinten hab ich jetzt auch kalt gemacht. Naja, eigentlich aufgeheizt. Nein, ich hab nicht vor, dich zu zerreißen. Da, 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 da. Irgendwo ist hier doch noch einer. So, und rein hier. Ja. Sollen sie dafür bezahlen, dass sie... ...mit den falschen Leuten angelegt haben. So. Mann, der ist aber auch schwer. Kann die nicht rennen? Ah doch. Na, hätte ich vorher gewusst. Wären es aber nicht weniger Soldaten gewesen. Blink. So. Jetzt muss ich mich hier aber in der Mitte halten, weil sonst werden wir von unten auch noch abgeschossen. So, Brenner, 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 ab. Mann, diese blöden Laser machen aber auch richtig Damage. Aber nichtsdestotrotz kämpfen wir uns vorsichtig hier durch. So, langsam runter und einmal dich und einmal dich und einmal dich und nochmal du. Dann die doppelte Portion bekommen. So, dann machen wir mal ein bisschen schneller. Oh, nee, 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 nee. Doch nicht so viel schneller. Mal wieder ein bisschen in die Deckung gehen. Wollen wir hier nicht abgeschossen werden. Nicht wieder. So. So, abgebrutzelt. Yeah. So, hier unten scheint keiner mehr zu sein. Dann können wir ja hier runter in die Tiefgarage gehen. So, und rein da, rein da. Und gehört alles zum Drehbuch, genau. Ähm, ja. Ich weiß noch nicht. Einfach wegfahren. Ach, dann gibt's eine auf die Nuss. So, jetzt wird's am anderen ranzig. Wow. Mann. Diese Comicfigur ist denen aber besonders wichtig. Nur weil die diese blöden Stacks repräsentiert. Ja, das wissen wir. So, und da sind wir wieder nach ihm. Check the bodies. Get me Monica Hughes. They have Burke. What? Well, find him, goddammit. I assure you, ma'am. We'll get him back. Und jetzt haben wir ein neues Outfit. Die Karninal, Dinger, Karninal. Hm. Wer hätte gedacht, dass man sich mit auf einem Comic-Treffen so etwas veranstalten kann. Hm. Wirklich spannend. So. Jetzt guck ich mal. Wir müssen ja wieder was Kneter haben. Ja, da haben wir auch schon was. So. Denn jetzt würde ich gerne. Hier haben wir noch nichts Neues. Nein, haben wir noch nicht. Jetzt würde ich gerne mal, mal, mal. Nein, nicht. Malen würde ich nicht gerne. Sondern ich würde gerne. Ja, wenn ich es finde. Ja. Nein, Fahrzeuge sind es nicht. Genau, da war das. Doppelte MPs. Benutzen. Damit wir jetzt zwei Maschinenpistolen in den Händen halten können. Ja. So schaut es doch aus. Ja, genau. So. Jetzt schnapp ich mal wieder das erstbeste Fahrzeug. Was hier rumsteht, ist natürlich wieder ein Taxi. Total langweilig. Aber das hilft. Das hilft. Das hilft. Um schneller voranzukommen. Weil ich möchte nämlich mal kurz, mal wieder kurz zu einem freundlichen Feuer. Jetzt habe ich es richtig gesagt. Wobei, ich mich gerade frage, ist das nicht näher? Ah, das ist glaube ich Jackehose. Ist ja Jacke wie Hose, nur hier müssen wir nicht umdrehen. Also ist es schneller. Also für mich. So, dann fahren wir mal da hin, weil ich mir ein bisschen Munition kaufen. Und mal schauen, ob wir nicht diese dieses Maschinengewehr etwas aufwerten können, weil das war schon ein recht ineffektiv im Verhältnis zu den Maschinenpistolen und der Handfeuerwaffe, die wir natürlich schon sehr aufgewertet haben. Und mir da diese melancholische Musik ich auf einfach mal. So, kaufen wir doch mal hier da. So, wie teuer ist denn das ganze Upgrade-System? Aha, ja. Sieht dann so aus und dann sieht es aus wie ein, mein Gott. So, einmal aufwerten, bitte. Und dann haben wir schon nicht mehr genug Geld, um aufzuwerten. Oh Mann, ist das teuer. Aber das reicht ja erstmal. So, jetzt würde ich mal gerne noch genau das hier machen. Etwas Munition für unsere Waffen nachlegen. So, da auch nochmal alles auffüllen. Alles auffüllen. Haben sie ja gerade so ein bisschen dicke auf der Tasche. Dann können wir ja auch ein bisschen was investieren. Yeah! Energy! Jetzt! Now! Ui! Wo krieg ich die her? Jetzt sag nicht aus, um ein Steckdöschen. Und jetzt machen wir weiter mit einer Nebenmission. Wobei ich muss sagen, mir graut es ein bisschen davor, weil unser Charakter irgendwie sehr viel Schaden nimmt. Ja, es liegt auch daran, weil ich teilweise ein bisschen ungenau bin. Ich bin ja auch fehlerfrei, wisst ihr ja. Wir sind ja alle fehlerfrei. Aber beim Verhältnis zum ersten Durchspielen ist es schon merkwürdig. Viel Schaden. So, hier haben wir ein paar Lucha-Dors. Ey, ihr Schanz-Lucha! Ja, ich meine Schanz-Lucha, nicht was ihr jetzt versteht. So, und hier noch und da noch und da noch und dich habe ich natürlich nicht vergessen. Und jetzt werfe ich mich mal ins Auto und verpissele mich hier ein bisschen. Erst Remi-Demi machen und sich dann vom Acker schleichen.